Wie heißt du? What is your name? Ich heiße Mona Lisa. Wo wohnst du? Ich wohne in New York. Was ist deine Adresse? Meine Adresse ist 123 White House Lane New York. Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Was ist deine E-Mail? Meine E-Mail ist greenhulkatspider.com Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin 14 Jahre alt.